Und die nächste Runde, Diablo Resurrected. Diablo 2, das Spiel meiner Jugend. Und die Sucht ist wieder da. So, heute der Plan ist, dass wir noch ein Level erreichen. Ich meine, ich hau den Duriel locker um, ohne da irgendwie in Bedrängnis zu kommen. Aber ich möchte trotzdem gern noch ein Level erreichen, weil ich will ja hier trotzdem nicht durchrushen. So, warte mal, das wollte ich noch zeigen, hier, den Helm. Ich überlege, ob ich den eher meiner Amazone dann gebe. Mal gucken. Ähm, was habe ich noch? Den habe ich gestern auch noch gefunden. Also wir haben ja alles an Hämmern vorbereitet, inklusive dem hier, ne. Wobei, der hier ja mit den zwei Schädeln dran eher meine Wahl wird. Ne, der ist nicht schlecht. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Gut, ich habe keinen Platz mehr für die Scheiße. Na, dann kannst du die gleich drinnen lassen. Ich hasse es. Ne, warte mal. Ja, ich muss sie aufheben. Ich muss nachher mal umsortieren. Und zwar kommen hier die ganzen Juwelen rein. Eins, zwei, drei, äh, Edelsteine. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf perfekte werde ich immer aufheben. Zwei. Ah, ich muss mal gucken, weil ich brauche die zum Umwandeln von Ruhen. Ach, ich kriege das schon oben hin. Das ist ja schnell gefarmt. Komm, dann wandeln wir jetzt um. Dann können wir den Ochen umwandeln. Vorletzte Stufe. Zack. Wir nicht. Haus einfach rein. Kann man alles umwandeln. Schäde. Okay. Ah, das ist doch Müll hier. Tu mal den Hammer hier hoch. Es wird Zeit, dass wir hier was tragen können. Ich habe keinen Platz mehr. Weil das bleibt wirklich in seiner Ruhe. Das ist sein Ereignis. Den Stab lasse ich mal noch da, wegen Platz. Das wird auch interessant. 50 Giftschaden, vier Sekunden. Na gut. Dann muss ich wieder Kohle einstecken. Und dann würde ich sagen, geht es schon los. Wir haben ja unsere Kampfbefehle jetzt. Halt. Schlucht der Magier. Gut. Da klären wir das Gebiet. Und dann machen wir einfach die Gräber. Das wird jetzt eine relativ lange Folge. Ich will das so. Warum soll ich hier durchrushen? Das habe ich ja schon mal erklärt. Ich genieße das einfach. Das sind eh alle One-Hit. Brauche ich nicht mal meine Kampfbefehle. Brauche ich nicht. Beim Duriel werde ich das machen. Um ihm zu zeigen, dass ich es einfach bin. Einfach. Na, die Kleine ist halt schnell tot. Da mache ich sie doch. Damit die Kleine ein bisschen gebufft wird. So. Jetzt machen wir mal das Geschmeiß hier weg. Nix dran. Okay. Einfach alles boxen. 95 Streffer-Chance. Ja, es kommen nur noch Blitzkäfer. Aber sollen sie mal machen, wenn sie denken, dass mich das killt. Keine Ahnung. Also. Nicht im ersten Schwierigkeitsgrad. Also wenn ich im ersten Schwierigkeitsgrad mal sterbe, ist das meistens in der Hölle. Durch diese Flüche. Von den Zauberern dort. Oha, wie ist die Babys rausschmiert. Die Musik eskaliert schon wieder. Ein Amulett. Nur Müll. Den mal aufschmieren. Wie die alle One-Hits sind, ne? Alle. Das ist so klasse. Müll. Kann ich eventuell... Äh... Nö. Müll ziehe ich auch nicht beim Durian dann. Weil ich mein Leben... Damit das Prozentual dadurch... Weiter gemacht wird. Du musst dir rechnen, selbst wenn das nur ein Zauber ist, den du jetzt im Inventar hast, mit 10 Lebenspunkten. Sind es dann schon 13 Lebenspunkte. Je höher du den Skill machst, desto mehr Prozente kommen ja drauf. Du musst das in Prozenten umrechnen. Das heißt, jedes kleine bisschen Leben holt dich hoch. Auf Dauer. Ne, wir machen das hier ganz in Ruhe. Ich muss jetzt nur gucken. Bla, bla, bla. Okay, dass wir da nicht reingehen, weil den machen wir in der nächsten Folge. Jetzt kommt wieder die geile Mucke. Die mag ich so in den Gräbern. Das war so klar. Es kommt nur noch Käfer. Ja. Das Spieltate echt, dass mich das killt. Ne. Warum? Warum sollte das passieren? Du blöd, Mann. So, jetzt knallt's. Nicht. Oh, nö, nicht schon wieder. Blutbau reißen die einfach mal. Komm. Ach, das war ein Boss? Naja. Oh, wir haben's schon gefunden. Kettenpanzer gelben, nehm ich mal mit. Könnt ihr was für die Kleine sein? Hier, Heiltrank. Mach das mal weg. Heiltrank. Heiltrank. Ja, ich sammle nur noch die Starken. Das bringt ja sonst nichts zu viel Leben, wie wir haben. Ja. Ja, da ist eine Falle drin. Die tötet mich jetzt. Was denkst du? Oh, wie der Owe angibt. Haha. Ja, ein Level möchte ich schon noch. Und dann kommen wir schon in den Dschungel. Und das ist ja mein Lieblingsakt. Von der Atmung und alles. Und dieses Wüstische. Was da alles lauert. Ah, daneben. Blöder Hartträger. Ja. Ja. Also normalerweise müsste ich gerade bei so einer Aktion, wie ich es jetzt mache. Indem ich rumrenne, loote und level. Also wirklich gezielt. Müsste ich mir jetzt eine Ausrüstung schon mal zusammenmehren, die nur auf Magic Find ist. Das wäre schon wieder Käfer. Das wäre schon. Na komm. Auf geht's. Oh. Ist das jetzt eine Bedrohung? Ne. Das ist nix. Das ist doch nix. Ach komm, hör drauf. Aha. Wo bist du denn? Ja. Du blöde Mutti. Was fällt dir ein? Langstab. Müssen wir mal gucken, ob der wertvoll ist. Ja, mal gucken. Komm, wir gehen mal in die Stadt. Nein, dir hör ich nicht zu. Du quatschst nur Müll. Den kriegt die Kleine. Ja. Verteidigung hoch. Kombo plötzlich zu verdreht. Das zieht eh nix ab, aber egal. Bisschen Kältewiderstand. Das ist gut für einen Duriel. Danke. Bitte. Bitte. Haben wir noch einen schönen... Komm, ich nehme jetzt den Magic-Feind rein hier. Warte mal. Was haben wir denn? 23. 29. Machen wir hier 29. Dann sind wir bei... 49%. Okay. Ich könnte es noch mehr pullen. Ich habe doch hier noch so einen Ring. Hier 12. Sieben. Zehn. Ich lasse es so. Ich will das Leben absaugen schon drin haben. Das ist wichtig. Am besten wäre ein Ring. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Leben absaugen. Leben erhöhen. Und vielleicht noch ein paar Resistenzen. Sowas gibt es. Aber das ist selten, dass das so in der Kombi droppt oder berechnet wird. So. Moment. Dann machen wir das nächste Grab. Magic-Feind haben wir jetzt kurz ein bisschen erhöht. Du musst das halt wirklich so auf 100 oder über 100 bringen. Dann merkst du das bedeutend. Dann merkst du das. Ich weiß, was ich mache. Ich tue die Sachen nicht mehr umwandeln. Ich tue die jetzt alle in die letzte Truhe, damit ich mit meinem Totenbeschwerer Zugriff drauf habe und weiter Runen herstellen kann. So. Was haben wir hier? Welches ist denn das? Dreieck. Da kommen wir rein. Die Atmo. Da kommen wieder Skelette und Beschwerer. Also immer hast du die Beschwerer wegboxen. Ah ja, geht's schon los. Käfer. Na dann komm. Los zurück. Der beschwert wieder durch die Tür von 5 Kilometern Das ist so ein Quatsch Durch die Tür dürft ihr da gar nichts beschwören Eine L-Rune Die kleinen Runen musst du alle mitnehmen weil die kannst du auch wieder umwandeln und die kannst du auch wieder umwandeln und das geht ja 20 mal so Ist nun mal so Das krieg ich schon hin War selten eine Runen, hab ich schon Aber Ich bin gerade mal bei den Mittelklasse-Huhen Und davon habe ich nicht viele Also das Endgame von Diablo Da kannst du noch lange spielen Ich werde mit meinem Totenwischwache auch noch lange zu tun haben Obwohl ich durch den Schwierigkeitsgrad Hölle Man kann sagen durchspaziere Ich habe keine Probleme dort Das finde ich richtig nice Halt Den nehmen wir mit Ja, das ist aber schön Stop Der war aber jetzt in der Bedrohung War das ein Bus? Nee, das war kein Bus Eine Armbrust Naja, vielleicht bringt sie Geld Vielleicht bringt sie ein bisschen Geld Vielleicht bringt sie ein bisschen Geld Au War richtig gut Ja, die triffst du halt nicht immer Die haben wieder Schilder Ah, die Mucke Ich mag die Ich fühl die Daneben Ich fühl wieder ein Schädel Lädierter Schädel Oh, jetzt geht's los Na komm Bleib mal hier stehen Erst müssen die Käfer weg So, jetzt ist Schluss Das war zum Beispiel Das war zum Beispiel Wieder eine Kombistelle Hier Oh Ähm Das könnte dieselbe sein Die wir schon haben Mal gucken Ähm Wo du unbedingt Die Gegner weglocken musst Dass die ein bisschen Bisschen verteilt Und einzeln kommen Sonst bist du ja sofort tot Also im Schwierigkeitsgrad Hölle auf jeden Fall Hölle auf jeden Fall änder Hölle auf jeden Fall Das ist schon hart, gell? Aber die kriegen uns nicht down. Siehst du das? Wir sind einfach zu gut ausgerüstet. Zu gut geskillt. Zu gut gelevelt. Klammerkugel. Komm, wir gucken mal, was das Grüne ist. Ja, ist derselbe. 22, 22. 22, 22. Nehme ich mit und tue es schon wieder für einen Charakter in meine Truhe. Mal gucken, wer das kriegt. Ne, kann ja vielleicht noch jemand gebrauchen. So ist das jetzt hier. Na komm. Vielleicht kann er ja auch wieder beleben. Oder? Die Zauberer. Ich weiß es nicht. Oh, die Maus zertreten. Was gehört? Ah, ich will jetzt Mäuse zertreten. Warte mal. Sind hier nochmal irgendwo Mäuse? Hier. Skorpion zertreten. Hier eine Maus. Da. Guck. Die haben wir gematscht. Hier die auch. Die auch. Oh, Gemäne, die Kleine. Oh weh, mach das mal nicht. Komm, die hat ja nichts getan, die Kleine. Die hier, die kannst du boxen. Die kommen aus der Hölle. Und dann kommen die Koffion der Schleаков. Ich kann ein bisschen. Oh, 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 oh. Ich gebe dir mal noch ein bisschen Blitzwiderstand. Danke. Bitte. Und nimm doch nicht immer den Müll mit hier. Die kleinen Tränke nix mehr auffüllen, weil wir so viel Leben haben. Wieder Käfer. Och man. Ein Ring. So, jetzt ist das hier. Ein Almulett. Oh oh, die kleine. Moment, zurück. Oh oh. Komm. Aus dem Weg. Rettungsaktion, kleine. Ah, die Beschwörer müssen weg hier. So. Oh, ein gelber Ring. Also bei dem gelben Ring ist es auch wieder so, aufgrund unseres Levels, des Schwierigkeitsgrads und des Aktes und des Aktes, wo wir sind, oder des Gebiets, wo wir sind, kann der jetzt nicht so gut sein, von der Höhe der Sachen, die dran sind und auch von der Kombi, die dran sind. Ähm, aber vielleicht ist es nicht so gut ist. Ähm, aber vielleicht ist es ein Ring, den ich aufhebe, weil der schon wieder gut ist für einen neuen Anfängercharakter. Deswegen nehme ich ihn ja trotzdem mit und tun bestimmt in der Truhe. So, wo ist denn jetzt die Kiste hier? Ich brauche Heiltränke. Ich brauche Heiltränke. Ich brauche Heiltränke. So langsam geht es jetzt im Moment los, dass wir ein paar Heiltränke saugen. Aber das hat sich schnell wieder erledigt. Komm, wir gehen erst mal in die Stadt. Das kriegt man schon hin. Opa. Hallo. Komm, Stärke. Äh, Müll. Guten Tag. Hallo. Die ist eigentlich richtig gut, aber Armbrüste nehme ich nicht. Die sind immer stärker, aber die sind langsamer. Und das ist scheiße. Weg. Weg. Naja. Hätte ich jetzt das mit dem Leben absaugen nicht jetzt hier mal irgendwo, könnte ich den sogar nehmen. Angriffswert und Magic Find. Ich hebe mal auf. Das kommt in die allgemeine Truhe. Das zu den Runen. Und das tue ich jetzt alles hier rein. Genau. Die Zeit nehme ich mir jetzt. Ach, das ist aber auch, gell. Zumindest die Schädel. Ich bin zu faul gerade hier umzuwandeln in der Aufnahme. Das muss ich mal nachher machen. Zwischen den Aufnahmen mache ich das. Da wandle ich das alles mal um. Scheiß drauf. Gut. Jetzt hat der Blödmann natürlich. Das ist nichts, dass man mit dem richtigen Elixier oder Trank nicht heilen kann. Das ist doch nichts. Ich nehme mal nur zwei hier mit. Wir finden schon wieder welche. Oder hat der noch stärkere? Das ist halt Müll, gell. Die Heiltrinke machen nichts bei dem Barbaren. Da bist du einfach zu mächtig. Das ist halt Müll, gell. Die Heiltrinke machen nichts bei dem Barbaren. Ich habe noch nicht mal die Truhe geholt in dem Engraber. Ne, ist nicht so egal. Einen Tank. Hier waren wir drinnen. Gehen wir hier noch rein. Die Klee da jetzt wird abgekriegt. Nimm doch nicht immer den Müll mit hier. Ich mag die Musik so sehr. Die Klee. Die Klee. Die Klee. Wir haben auch Stiefel. Ein Riinkpanzer. Righ غau Da sind wieder die selben Zeichnungen dran, ne? Hier, wo sie die Käfer irgendwie füttern und anbeten. Ne, bekämpfen. Jetzt sehe ich das. Aha. Hier oben ist der neuer, ne? Na klar. Weiter geht's. Wir finden hier nur Zeit, ja? Na, super. Ein Ring. Zeig mir mal den, ihre Schädel. Naja. Wird da Mäuse zertreten hier? Ja. Ja, warte mal. Na, komm, lasse. Die kleben. Die kleben. Ich nehme aber auch nur Müll mit, ne? Kleine, warte, wir müssen erst looten. Och, du Gott. Oh, oh. Jetzt, jetzt wird es scheiße. Kleine, komm mal her. Wir müssen die Skelette erst wegjagen. Genau. Da müssen erst Skelette weg. Schön weglocken von denen. Weil das sind schon viele. Wir müssen ja nicht auf Biegen umbrechen jetzt. Das ja ausfordern. Ne, das ist zu nah. Komm. So. Ah, die müssen auch noch weg. Komm mal, gerne, Kleine. Komm. Bleib mal hier. So, wie sieht es jetzt aus hier hinten? Immer noch zu viele. Kleine, warte mal. So, jetzt. Einmal hier rein. Okay, der erste Herausforderung für uns. Aber kein Problem. Wir verstärken uns. Machen tausendfache Schaden jetzt. Klappen uns hier rein. Die müssen nämlich weg. Und das war's. Du musst halt Massen erst mal weglocken. Da kommst du nicht rund rum. Das nützt nichts. So, leichter Heiltank. Guter Heiltank. 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 Eine Tierruhne. Okay. So, jetzt will ich gucken. Vom Gift stirbt man immer noch nicht. Dann warte ich jetzt kurz. Oder geh in die Stadt. Das haben sie so gelassen. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. So, die Kleine hole ich gleich wieder. Dass die schön mitlevelt. Am Anfang kostet das noch nicht so viel. Später kann dir das richtig toller werden. Guten Abend. Ja, hallo. Hier, ich hab dir deine Wohnungstür mal aufgemacht. Hier, Kanalisation. Ja, die Jägerin, die tauschen wir eh später aus. Wir nehmen Zauberer dann. Also. Guten Abend. Ja, hallo, tschüss. Was hast du denn hier schon wieder mitgenommen? Will. Müll. Aber ich erkenne, also die zwei hier zu unterscheiden ist immer Müll. 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 Das sind schon wieder so viele von den Tierhuhnen. Da schwandelt das nachher alles um. Gut, ne halbe Mülle haben wir ja bald. Einen Grab machen wir noch. Gehen wir mal hier lang. Es gibt in dem Akt nur Blitzkäfer. Nur. Ja, das ist auch ein Blitzkäfer. Wieder ein Amulett. Also in Akt 3 brauche ich unbedingt Feuerassistenz. Und nicht gerade wenig. Erstens wegen dem hohen Ort. Und zweitens wegen dem Schamanen von diesem Volk, was da lebt. Diese Fetische. Ah, da habe ich schon alles vorbereitet. Hm. Nett. Nehme ich mit. Hebe ich auf. Geh mal hier rein. So. Und es geht los. Der Scheißschilder. Ist trotzdem komisch. Da trägst du ein riesen Schild. Und die Blockade ist trotzdem Müll. Weil du ja Geschicklichkeit dafür brauchst. Die Gegner, die haben eine Blockchance von 50 oder was weiß ich. Kein Blödsinn. In Geschicklichkeit werde ich ja nichts stecken. Das fällt aus. Das werden wir alles mit Items machen und Skills. Und Level. Die Schilder nehme ich bei anderen Waffen nur wegen dem Boonie. Oh, ey. Da ist geplatzt. Die Kleine macht das alleine. Die Kleine macht das alleine. Das ist Schwein. Ich nehme jetzt die Heiltränke schon mal mit. Das muss ich schon mal haben. Das ist so schlimm. Und da hat die schon, ne? Ja, jetzt kann ich nicht nachgucken. Da hat die schon Giftresistenz mehr wie ich. Die ist schon richtig Müll. Die alte. Gleich wiederholen. Ja, die fliegt nachher aus. Ich brauche die auch beim Tuch hier nicht mitnehmen. Wenn die jetzt... Ich brauche die eigentlich gar nicht mehr mitnehmen. Aber die Rüstung will ich da abnehmen. Ich belebe die nur wieder, um die Ausrüstung zu nehmen. Weil die brauche ich jetzt nicht mehr. Die alte. Die macht nichts mehr. Ohne Ruhenwort ist die einfach hier ab jetzt nur noch Müll. Guck mal, da hat die nämlich schon Resistenz. 42. Und trotzdem. Einmal Gift. Tot. So, das kriegt dann nämlich hier mein Zauberraum. Ab dem nächsten Schwierigkeitsgrad. Danke. Na ja, den Helm. So, Kleiner. Du darfst jetzt sterben. Bist mir egal. Boah. Ja, es ist ja so, gell. Ich habe keinen Platz für den Mist. Komm, ich verkauf's. Ich kauf dem dann was Neues. Ja, ja, tschüss. So, und dann warte ich jetzt, dass die Kleine stirbt. Ich brauche die nicht mehr. Das hebe ich auf. Einfach mal so. Halt. Guck mal, wie süß. Jetzt macht die kaum noch Schaden. 13 bis 18. Ja. Das ist doch ein Quatsch. Ne, ich lasse die jetzt irgendwo reinlaufen und sterben. Weil die bringt nichts mehr. Die bringt nichts mehr. Die ist jetzt raus. Hier kommt ein Boss. Ist schon mal gut. Komm, lauf mal rein, Kleiner. Ich habe nämlich deine Aura schon gehört. Hier. 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 Moment. Nimm mal den Schlüssel mit. So, jetzt. Mensch, ein Scanner. Ihr habt nicht ein Schild in der Hand. Ihr seid ein Schild. Ein Ring. Müll. Brauche ich nicht. Komm, wir lassen die Kleine jetzt hier reinlaufen. Pötet die mal. Braucht die nicht mehr. Sollt die mal töten. Ich warte jetzt, bis die Kleine stirbt. Ich kriege einen Heildrank. Die nicht. Jetzt. So, lebe ich, Kleine. Ich mach das schon. Ach, hier ist ein Boss dabei. Da ist doch nichts. Äh. Äh. Nicht genug Mana. So, wo liegt sie denn? Irgendwo hier unter so einem Dicken. Erschlagen von so einem Dicken, der umgekippt ist. Ein Ring. Ein Ring. Ja gut, dann reicht das bis hierhin. Das Level würde ich schon gar nicht mehr machen. Ja, du auch. Wie kann ich euch helfen? Dann, wo ist das? Das braucht keiner. Ich nicht. Ich brauche nicht meine Zauberung zu blitzen. Nur um mir zu beweisen, wie gut man ist. So ein Quatsch. Ähm, ich bin grad dumm Ich muss unbedingt umwandeln Ich weiß zwar nicht wofür, eigentlich brauche ich die ja Ja, ich beende hier die Aufnahme Ich überlege mir jetzt was, wie ich das mache Aber ich brauche ja alle Ähm, Seltenheitsstufen Von allen Edelsteinen für die Ruhnen Ich bereite mir jetzt was vor Bis dann